ich denke heute dürfen auch wieder genug aufnahmen bei dir rauskommen ja auf alle fälle aber wenn wir ein bisschen was vorbereiten ist das auch kein problem das ist immer gut der knaller das ist die perfekte vision für mich so begibt sich zum tunnel eingang warum mein auto hier nicht in der nähe steht weiß ich auch nicht wo steht es da hinten alles ich habe gesagt das steht doch daher ich dachte die haben das nicht mal in los stehen gelassen aber da steht ein paar kilometer weit weg was heißt hier vorne irgendwo wo die anderen autos aufstehen sie auf viel höflich ist er macht der damaligen tür auf hat die tür aufgemacht hat als seiner fraude gesetzt du kennst doch den spruch wer da muss freundlich sein und du hättest eigentlich nur der tür stehen bleiben müssen wenn die dame da drin ist an meinen stadt da die tür zu machen so ergibt sich total gerne so flieger mit erfahren was soll man der stadt sein wahrscheinlich nach der der eingang hier zur kanalisation der unten beim casino ist da der große im kanal gucken ich weiß jetzt gar nicht das laut missionsbild so aus wir werden sehen wo es denn führt also es ist so da fahren wir mal hier raus zumindest ist das in der nähe vom casino die muss aber die artis unten nehmen ist mission ach du sollst das fahrzeug liefern abliefern was hier draußen steht ok warte mal gerade kurz ich muss sich orientieren ist der blaue punkt das auto hier rechts steht ist es nicht ja dann fahr da unten rein wo willst du hin ich werde es um lang gefahren über die alles gut ich fahre und das wird schon so seinen sinn haben am ende fährst du obenrum dann kommt es ja nicht unten irgendwo rein weil es unter dem unter die straße ist ja check mal weil ich hier im auto durchkomme funktioniert rechts links rechts links kannst du doch gar nicht ich würde sagen weiter geradeaus also hier lang ok ich muss mich da gerade ein bisschen orientieren du musst halt ein bisschen aufpassen dass du nicht zu schnell fährst hier geht's hoch ich habe mich auch oben fahren können ach das sind feine ja das holt hinter uns aber wie steht jetzt so mein auto da muss ich sagen ne ist schon tot ok weiter der kitz ist der tot jetzt nicht mehr so zwei erst die wies sind ja ja jetzt hier noch einer sehr vorsichtig sehr gut hinter dem baby macht ihr alles kaputt reiß die tür auf und die fällt ab ja ganz easy weil ich mir vorgesehen fuck er hat's ab hat's boah alter den hier hochwuchen ach 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 mach ach 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Für den Fall, dass irgendwelche Gegner noch kommen, fahre ich noch schnell hinterher. Das war's. Das war's. Das war's. So steht's. Rang 70. Cool. So. So. Das war's. Das war's. So. 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 So.